Herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia! So, jetzt haben wir endlich unsere Scheiß-Items hier. Ist das Feuerzeug? Ruckel, ruckel, ruckel. Feuerzeug. Wie du da am Suche bist. Sind das die Räucherstäfe, die ich in Hand habe? Ja. Was ist denn hier alles? Was brauchen wir denn noch? Naja, wir brauchen sogar Räucherstäfe. Allerdings müssen wir doch zuerst den Raum vom Geist. Okay. Hat jemand das Thermometer? Ja, ich hab's. Brauchen wir schon noch irgendwas? Ja, Skill von dir, Noob. Haha, bitte. Räucherstäbchen, perfektes Pastio. Cozifix. Kann jemand das Schlüsselpunkt T schon haben? Bewegungshendor haben wir bestimmt noch nicht, oder? Schlüssel hab ich. Cozifix brauchen wir noch, gut. Das Pastio, perfekt. Na gut, ich kann nur noch Salz. Ah, das brauchen wir gar nicht mehr. Du brauchst einen Schlüssel. Du brauchst einen Schlüssel? Ein Schlüssel ist, dass man die Tür aufmacht, oder? Ja, was ist denn hier für schönes Haus? Ich komm schon ins Haus, oder? Ah, ich guck, ob es diesmal besser klappt hier. Wir haben mal nicht verreckt. Ich hab's ausgedacht. Ah, ich dachte ihr werdet da rumtappet. Habt ihr jetzt schon rum? Das kann doch gar nicht hin. Nein. Nein. LR-Veroberung. Ach Gott, Mann. Ich hab mal die Kamera hier hingestellt. Ich geh jetzt mal zurück und hol den Fotoapparat. Ja. Dann müssen wir ja alles haben, was wir brauchen, glaub ich, oder? Garden in Style. Was ist denn ein interessantes Projekt hier? Ach, da oben ist ein Licht an. Ich steck bestimmt gleich hier in irgendeinem Kleiderschrank hier drin. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, glaub ich. Ja. Wir lassen sich ja alle mal etwas Zeit, für was wir denken, mal ist es wert. Die Räume sehen ja alle gleich aus. Ja, das sind ja ja. Achso. Ja, alle gleich ein bisschen nach. Ich würde es ausdrehen. Ich würde es ausdrehen nehmen. Ja, dieser Typ. Ich muss wieder rein. Nein, ich habe mir meinen Mund ausgespült. Na ja, schon passiert. Ich weiß über die Missionsziele, Mann. Das ist noch kein Raubkunde, der irgendwie... Ach. 110 fragt, ne? Was jetzt? War es schon oben überall drin? Ach scheiße. Ich weiß auch. Ich weiß nicht, was... Ah fünf Grad hab ich gerade hier. Da war es immer noch in der Tür. Wobe? Was nennen? Unten? Ja unten. Da hat er kurz fünf Grad… Ja hier, da ist die im Gang. Aber hier ist die aus der Tür. Im Gang? Ja. Nein. Ah, der ist hier. Dankeschön! Irgendwie hier zuzwischen. Ja wunderbar. Durch den Badenräumen sah er noch aus. Ne, der ist doch hier in dem Flur. Ja, der ist hier in dem Flur. Dann kann ich wahrscheinlich die Kamera hier hin holen, aber hier ein bisschen erwischen. Ah, der hat gerade mit dem Klavier. Ach Gott. War das hier im Klavier? Ja, das hier im Raum. Hier im Raum, Gang. So, gut. Ich hab dir ja hingeschaut, ja, warte. Ich hab alles gedacht. Ding! Klavier, ey. Das verändert mich so. Wenn man da viele Sachen runterschmeißt, oder? Oder wenn man die ganze Zeit huntet, dann können sie Polter leisten. Toll, ey. Aber das weiß man jetzt nicht. Na, das hat ja die Aktivität vor schon drauf geguckt. Hier ist das Polterparty da so. Gibt's das? Was ist das so mit zu tun? Pummelparty? Pummelparty ist was alles. Was hat das Licht ausgemacht? Klasse. Alles Strom ausgemacht. Der hat irgendwie alles, alles was gegen Strom und nicht steht's gar nicht. Ich mach das viel lieber hier, wenn Alice. Ja. Der piepst Ding. Wie du da rumsuchst, wie das immer aussieht. So, dann bitte ein Autogramm für Geist. Wie ist er? Ja, ähm. Ach, schon wieder kein Eindruck geguckt, ne? Kein Problem. Ich hab drin. Sorry, ist es nicht so. Ich bin wirklich meinetischer, wie mir her ist, ne? Äh, das steht irgendwo am Feld. E-MF5 und Ghostwriting. So, der Geist heißt Daniel Davis. Can't run, can't run, steht ja. Haha, Juck. Machi, perfektes Bild. Ich kam grad ringgucken auf die Kamera und mein Arsch ist im Bild. Und ich so runter büchse die Kamera. So, was können wir jetzt abhaken? E-MF5 und Ghostwriting. Ähm, E-MF5 und Ghostwriting. Was ist Ghostwriting? Geisterbuch, oder? Ja. Ah, gut. Perfekt. Ah, na, jetzt. Ja, diesmal machen wir's. Bewegungs-Sensor haben aber auch nicht, ne? Nee, nee. Bewegungs-Sensor haben aber auch nicht, ne? Haben wir irgendwie Bewegungs-Sensor? Naja, deswegen. Da kann man nur mit 3-Stäbchen Kruzifix was machen. Der war ein bisschen zu teuer. Aber das ist ja auch der Stäbchen schon. Ja. Äh, dann sind die Mound. Wie zündet man die an? Einfach F drücken, wenn du das Feuerzeug dabei hast. Also die Räucherstäbchen sind abgehalten. Kann man einfach die Kamera in die Hand nehmen, wenn du durch deinen Raum guckst? Ähm, ja klar. Ja. Das habt ihr, oder? Ja. Ne Taschlamp aus. Weil die Splendid ist. Ja. Jetzt einfach mal ein bisschen dein Raum durch. Du kannst mal rechts drehen zum Kavir. So gut. Ja, dann halt der Raum. Ja, dann halt der Raum. Ja, dann halt der Raum. Schritte? Hast du dich bewegt? Ich glaub, das könnte ich gar größten. Also hier bin ich jetzt ganz in Ecke stecken, die kann die ganze Raum. Ja. Dann drehe ich es mal mehr, also stell es mal aufs Kavir. Kannst du nicht so, dass man ein bisschen den Raum sieht und... Ach du. Warte, warum muss ich jetzt nicht grad Amar oder Chassi? Ja. Kannst du dann ein Dreher auf... Ja, genau. Linker Maus. Gut. Ähm... Und damit F Platz zu sein. Ist okay, oder? Wer ist... Ist ja schon wieder hier durchgetrappt? Ah ja, ist ja hier schon wieder durchgetrappt. Du machst das, ne? Can't run. Can't run. Super. Gut. Ja, was können wir jetzt sagen? Revenant Shade, Revenant Shade oder ohne. Wie hab ich jetzt gesagt? Wie ist er? Daniel Davis, oder? How old are you? How old are you? What do you want? Daniel. Are you child? Okay, Junge... Was machst du doch? Nee, der ist völlig fertig. Irgendwo wieder so lange nicht schön nach... Ah... Okay, stimmt, der kann sogar erst Time-Sucher. Ist das schon abgehackt gewesen mit dem Kruzifix? Äh, keine Ahnung. Aber du kannst schon mal Foto hiervon machen mit deinem dreckigen Wasser. Brauchen wir das? Es gab Geld. Na gut. How old are you? How old are you? Ich geh mal schnell gucken, ob das im Kruzifix abgehackt ist. Äh... Nee, noch nicht. Aber... Gut, unser Zustand ist auch noch zu gut, glaub ich. Sind alle noch bei 50%. Was? Der Warto! Der Warto! Der Warto! Der ist einfach rumgetappt. Ja, das war Geister-Win. Scheiße, Alter. Wenn wir jetzt aber hauchen. Stop hauchen. Geh so langsam wieder los, ne, der gute Herr. Hast du zum Kruzifix schon gehört? Daniel Davis oder so? Daniel. War es halt der Asus. Ach, das gibt's nicht. So, hack das halt an. Hm... Junge, wie du da... Du hast dich schon um das Tastatur rumgehackt. So ist die UV-Tachschlampe, soll ich die mitlemmen? Na, ne. Da wo? Ja. Na ja. Na ja. Wo können wir einen Ghost da? Ich glaube, hast du ja den Tachschlampe geklickt? Ja. Ja. Klick nochmal drauf, hast du ja ausgemacht. Krieg du mal zu? Äh, ne, das ist wahrscheinlich auf die Kamera. Hä? Die hab ich nicht angeklickt. Okay, weil die Kamera ist ja ausgemacht. Die machen wir ja an. Jetzt? Jetzt ist sie wieder aus. Aus? Hä, die leuchtet bei mir rot, aber... Ja, rot ist aus. So. So. So, jetzt. Äh, wir erkennen jetzt nur... Dann komm ich noch, dann ist das Fingerprint. Und... Hängt das doch so extrem dem Level? Was ist wenn das so anfangen zu piepst? Hm, das zeigt uns nicht im AMF-Level an. Oh, kein Fingerprint. Ich bin wohl Kruzifix und endlich abgehakt. Oh, ne, ne, nein! Hilfe! Scheiße! Das ist ganz schlecht. Bin ich hier aber unten am Eck? Keine Frage. Wo ist das Gruzifix hin? Ich muss sagen, der Raum ist schon draußen am Gang war und dann gespawned. Das sind immer relativ sicher. Der Hauch... Ah, hör auf mich an zu hauchen, Mann! Ja, ich bin tot. Scheiße. das ist eigentlich nur noch finger spirit box finger prints oder ghost or ghost war ich tot ja ich leide in der mitte vom raum wir können wir wieder raus ah die spielen wir klavier es müsste eigentlich spirit boxen also ich denke es ist so nicht ihr könnt auch mit dem tasche lamp an alle türe die hier oder menschen auf mich anzuhause da brauchen wir was durch tot ja raus hier hier ist der dritte raus hier 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 mann ich kann mich dann einfach allein lassen man im buchlein einfach spirit box in trau und dann ohne das geist ich denke das ist so ohne das ging abdrücken habe ich nicht gefunden und freezing also im f5 geister buch und ich denke so spirit boxen hat aber noch eine geantwortung ja mach ich liebend gern also ich bin mit dem ich bin direkt raus ja das war nie 40 dollar nur anfänger ja das ist ja immerhin die grüche ausbeuten die man gerade hat und level 2 jawoll klasse gesprochen ja der war schüchtern ich habe überlebt ich bin das erste mal ich bin das erste mal ich bin das erste mal